Hast du schon mal etwas in deinem Sichtfeld herumschweben sehen? Häufig sieht es wie ein winziges Würmchen oder Bläschen aus, und wenn du es genauer ansehen willst, verschwindet es und taucht wieder auf, wenn du die Augen bewegst. Du brauchst dir aber nicht die Augen auszuspülen. Dies ist ein bekanntes Phänomen, bekannt als Glaskörperflocken. Die wissenschaftliche Bezeichnung für diese Objekte ist Muscae volitantes, lateinisch für fliegende Mücken, und sie können genauso nervig sein wie diese. Es sind aber keine Tierchen oder Fremdkörper, vielmehr befinden sie sich in deinem Augapfel. Glaskörperflocken mögen durch ihre Bewegung lebendig wirken, aber das täuscht. Sie sind winzige Objekte, die Schatten auf die Netzhaut werfen, dem lichtempfindlichen Gewebe auf der Innenseite des Auges. Es kann sich um kleine Gewebeteile, rote Blutkörperchen oder Eiweißklümpchen handeln. Weil sie im Glaskörper schweben, der geléartigen Flüssigkeit im Inneren des Auges, treiben sie mit den Bewegungen des Auges mit und scheinen sich weiter zu bewegen, sobald dieses verharrt. Glaskörperflocken nimmt man meist kaum wahr. Sie werden sichtbarer, je näher sie an der Netzhaut sind, so wie zum Beispiel die Schattenkontur deiner Hand unter einer Lampe schärfer wird, wenn du sie näher an den Tisch hältst. Glaskörperflocken fallen besonders auf, wenn man auf eine helle Fläche blickt, wie einen leeren weißen Computerbildschirm. Schnee oder in den klaren Himmel. Vor gleichmäßigem Hintergrund sind sie besser sichtbar. Je heller das Licht ist, desto enger wird die Pupille. Das hat einen Effekt, wie wenn man eine große diffuse Lichtquelle durch eine einzelne Birne ersetzt, wodurch auch die Schattenkonturen schärfer werden. Es gibt ein anderes visuelles Phänomen, das wie Glaskörperflocken aussieht, aber eine ganz andere Ursache hat. Siehst du winzige, helle Punkte herumschwirren, wenn du in den blauen Himmel blickst, erlebst du das sogenannte Scherer-Phänomen, das endoptische Phänomen des blauen Feldes. Es handelt sich dabei quasi um das Gegenteil der Glaskörperflocken. Dabei siehst du keine Schatten, sondern kleine, sich bewegende Fenster, die Licht auf deine Netzhaut lassen. Diese entstehen durch weiße Blutkörperchen, die sich durch die Kapillargefäße entlang der Netzhautoberfläche bewegen. Diese können nahezu so groß wie das Gefäß selbst sein und erzeugen eine Plasmablase. Weil die Blase und die weißen Blutkörperchen für blaues Licht durchlässiger sind als die roten Blutkörperchen in den Kapillargefäßen, sehen wir dadurch helle, springende Punkte, die den Kapillargefäßen folgen und sich im Takt des Pulsschlags bewegen. Bei idealen Sichtbedingungen erkennst du sogar eine Art dunklen Schwanz, der dem Punkt folgt. Das sind rote Blutkörperchen, die sich hinter dem Leukozyten aufstauen. In manchen Technikmuseen steht ein blauer Schirm, der es ermöglicht, diese Blaufeldfunken viel deutlicher zu sehen als sonst. Obwohl diese Effekte bei jedem auftreten, variieren Häufigkeit und Art. Häufig bleiben sie unbemerkt, denn das Gehirn lernt, sie auszublenden. Dennoch können ungewöhnlich viele oder große Glaskörperflocken im Sichtfeld Anzeichen für eine ernste Erkrankung sein, die umgehend medizinisch behandelt werden muss. Meist erinnern uns endoptische Phänomene wie Glaskörperflocken und Blaufeldfunken aber daran, dass das, was wir zu sehen glauben, nicht nur von unserer Umwelt, sondern auch von unserem Körper und unserer Wahrnehmung abhängt. Wenn wir schon dabei sind, wichtige Fragen zu stellen, warum sind manche Menschen Linkshänder? Finde es in diesem Video heraus und abonniere unseren Kanal, damit du keine Möglichkeit verpasst, etwas Neues zu lernen.